Da ist ein Haus. Das ist aber nicht schon Skringaroth, oder? Ich glaube, ich habe ja aus Versehen ein Schild ab... Nein, habe ich nicht. Na gut. Sieben Prozent und drei und drei, Leute. Tochtweizen. 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 Schön. Wie ein kleiner Bauernhof ist das hier also? Hat aber keinen Namen. Wow, Feuer fahren und da ist halt einfach nichts drin. Geil, geil, geiler, zu viel. Mist, ich wiege ja so schon eigentlich recht wenig, aber jetzt kann ich nichts mehr tragen. Das Kokoshof. Ah, geil, Geld. Ich kann mit ihm nichts reden. Ein Feuerresistenztrank? Wo habe ich den her? Den möchte ich verkaufen. Oder den könnten wir eigentlich zu Hause ablegen, naja. Okay, machen wir das hier. Festigen Stärke für 10 Sekunden. Ging daneben. Okay. Also ich muss offenbar was hier lassen, Leute. Das ist echt schade. Okay, also ein Pfeil wiegt 0,1, Leute. Wir müssen noch 35 Kilo irgendwie loswerden. Das heißt 350 Pfeile. Okay, ich kann mich noch bewegen. Naja, wir haben ja mal 400 Pfeile, mit denen wir jetzt noch ein bisschen rumschießen können, Leute. Wo? Okay, ich kann mich noch ein bisschen rumschießen können. Wir können noch ein bisschen mehr mitnehmen. So, und zwar können wir jetzt noch 40 Pfeile mitnehmen, Leute. Okay, das ist leider zu viel. Komm schon, ja. So, einfach mal speichern, Leute. Wir wissen also, dass es hier in Südästlich noch ein bisschen was gibt. Für uns. Sind das Schienen? Das ist eine Ratte. Ich muss noch mehr Pfeile ablegen. Ich bleib einfach mal bei 400 und leg jetzt 32 ab. So. Was ist das für eine Kugel? Sporenpilz. Eine Pflanze. Das sind Schienen, Leute. Na, erstmal. Dann ist noch irgendwo jemand. Oder etwas Leichte Rüstung hat sich auf 75 Punkte verbessert Weißer Limbiskus Zum Glück kann ich mich noch bewegen Hier gibt es Schienen Leute Also das ist neu Im Morrowind gab es keine Schienen Folgen wir jetzt dem Weg Oder den Schienen Ich glaube ich möchte erst dem Weg folgen Leute Athletik hat sich auf 34 Punkte verbessert Okay der Weg spaltet sich hier Nach Süd und Nord Ich glaube ich möchte erst mal Nach Nord Ich bin ein Ich bin ein So, ich biege zu viel Leute, das ist ein bisschen schade, ich lege mal kurz das Fleisch ab und füttel da vorne einfach mal das Reh. Das ging schneller als erwartet. So, reicht das jetzt? Das ist der falsche. Mist hat nicht erreicht, Leute. Das ist sehr, sehr blöd. Ich bräuchte irgendwo noch einen Gegner. Dahinten ist ein Haus. Schütz hat sich auf 54 Punkte verbessert. Das ist, das ist genau dieser eine Schlag, den ich vorhin hatte. So, die wiegen ja 4 Kilo, Leute. Das heißt, wir haben jetzt 4 Kilo wieder gut gemacht. Wir waren vorhin um 2 Kilo überlastet, haben jetzt aber Pfeile verschossen und 2 Kilo wegbekommen. Müssen aber die neuen Zutaten in Betracht ziehen, die wir bekommen haben. Das heißt, wir wiegen jetzt wieder zu viel. Höchstwahrscheinlich. Ja, wir wiegen jetzt sogar 2 Kilo mehr. Wegen den Zutaten. Mist. Ach, Mann. Was ist das nur für ein Mist. Und das Fleisch hat nicht auch irgendwie feste Stärke oder so. Das wäre ja zu geil, aber ach. Ich wiege einfach zu viel. 300 Pfeile sind einfach zu viel, Leute. Ich lasse jetzt das Fleisch kurz hier liegen und ich muss halt echt Pfeile wieder zurückbringen. Es ist so zum Kotzen, Leute. Ich hasse es, wenn ich nicht alles mitnehmen kann. Am liebsten hätte ich jetzt schon 100 Stärke, damit ich auch alles mitnehmen kann. Und Stärke würde nicht 5 Punkte Traggewicht geben, sondern einfach 50 so ungefähr. Das wäre egal. Einfach mal die 10-fache Menge tragen. Okay. Wir nehmen jetzt einfach 278. 278. 100 Pfeile nehmen wir mit. Das sollte definitiv ausreichen, damit wir möglichst alles mitnehmen können. Und wenn wir das nächste Mal hier vorbeikommen, dann nehmen wir wieder was mit. So, jetzt habe ich das Fleisch. Jetzt holen wir uns hier unsere Beute auch noch kurz. Und dann möchte ich aber den Weg nach Norden gehen. Und ich habe ja schon gesehen, dass da vorne Leute sind. Das heißt, ich gehe mal, um Ausdauer zu regenerieren. Aber das ist auch schön. Jetzt folgen wir hier praktisch den Schienen doch und die kommen anscheinend zu dem Haus da vorne. Oder zu diesem Bahnhof. Mondlicht. Sieht mir nach einer Wache aus, Leute. Zwei Wachen. Haltestelle Grafensitz von Andamantar. Kann ich hier echt mit dem Zug einfach fahren? Ja. Zugführer. Reisen. Haltestelle Irland-Hochland. Okay. Also ich kann offenbar von hier wahrscheinlich nach hier runter oder da rechts irgendwo hin fahren. Bevor ich da aber fahre, möchte ich einmal den Weg tatsächlich einfach so entlang gehen. Ihr riskiert euren Hals, wenn ihr hierher kommt. So, da werde ich wahrscheinlich nichts nehmen dürfen. Das hat offenbar auch nichts. Haltestelle Grafensitz von Andamantar. Da würde es weiter gehen, Leute. Ich folge jetzt hier weiter. Ich möchte wissen, wo das hinführt. Deswegen erschießen wir jetzt den da vorne. Einer noch. Geschafft. Eine Abzweigung. Wir gehen den linken Weg. Wir sind so knapp am Rand heute, dann könnte ich das eigentlich gleich mitnehmen. Ein Teich. Immer noch nicht. Jetzt. Und dann auch gleich das da drüber. Da sind wir auch knapp am Rand. Ich hänge. Das ist dieser Baum. Ja, jetzt haben wir das auch. Und hier ist noch Feuerfahren. Den nehmen wir gleich mal mit. Okay, gehen wir zurück. Möglichst so, wie wir hergekommen sind. Dann müssen wir nicht gegen Gegner kämpfen. Bin ich mal gespannt, was wir da finden werden, Leute. Geschafft. Wo das wohl hinführt, Leute? Das ist ja gleich der nächste. Jetzt haben wir das hier auch, Leute. Das gefällt mir. Okay, schießen wir. Okay, schießen wir. Okay, schafft. Gleich wieder reparieren. Ah, hier ist Schluss. Dann holen wir uns zumindest noch das da oben. Ein schöner grüner Fluss. Okay. 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 Okay.